Musik Hallo und herzlich willkommen in unserer Musikmittelschule St. Pölten. Heute zeigen wir euch, was uns als Schule besonders macht. Kommt mit! Musik Natürlich haben auch wir Gegenstände wie Mathe, Deutsch, Englisch und viele Nebenfächer. Am liebsten machen wir jedoch Musik. Hier seht ihr eine Gitarre-Gruppe. Musik Außerdem kann man bei uns auch Blasinstrumente. Musik Gage Musik Und Klavier lernen. Musik Wir tanzen auch gerne. Musik Musik Oder musizieren gemeinsam in der Klasse. Ihr findet eine Klanggeschichte statt. Musik Nun zeige ich euch noch unsere Showwelt. Die spielt nämlich gerade in unserem Musikzimmer ganz oben im Turm. Musik Musik Cool, oder? Jetzt begleite ich euch wieder hinaus. Musik Musik Schau, wir singt gerade ein Klassenkorb. Musik Musik So, das war aber jetzt wirklich unsere letzte Station. Ich hoffe, der Rundgang hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Serie. かった die wir hier herumsehen. Und dass wir das eben auf v陰